m morgens schrieb sie meine willkommen zu dieser verpacken dieser folgenden schlug an uns so egal wir machen jetzt mit anteil weiter so um wir sind jetzt übrigens im hotland in der nähe vom korps denn das ding ist es wir uns erst jetzt sagt mich war vor bettekt siehst du das gebäude in der entfernung das ist der korps die quelle von einer energie im untergrund es konvertet geothermale energie in magische elektrizität indem es nebenbei das ist wo wir hingehen in dem korps ist ein aufzug der direkt zur esgorsburg führt und von da kannst du nach hause der korps wurde übrigens von wie die gäster gebaut das werden uns auch hier die gäster follower sagen die wir treffen ich möchte auch noch ein oder ich weiß nicht ob ich die animation hier problemlos einblenden darf als ich denke wenn ich das dann noch dabbe und dem verlinke den typen dann geht das eventuell weil die animation ist sehr witzig ja vielleicht am ende so werde ich vielleicht noch mit meinen krassen movie editing skills hier so ein gestern so einen vierten gäster flow rein machen der uns das dann erzählt dann werde ich das video einschneiden ich kann das nicht ich finde das schaffen wir schon ja dann jedenfalls ja da sollten wir eigentlich schon ersten gäster oder ich kann dir mal kurz noch mal gerade im wiki nachzugucken wenn er dann werdet ihr nach dem cut hier direkt den gäster verlor stehen sehen bis gleich da es hat mich ja tausende gebraucht den gäster verlor hier zu bringen keine ahnung warum aber es dann wieder selber wie mit dem corner kind so hier elphys könnte schneller arbeiten aber der königliche wissenschaftler doktor wie die gäster eines tages ist er ohne eine spur verschwunden ach ihr seht das dort auch das extremst gruselig geld einen kopf in der hand der für ihn spricht während er die all während er seinen eigenen kopf mit der hand bedeckt die komplett schwarz ist also das ist so ziemlich von allen npcs der der mir am meisten angst macht übrigens ist auch angelehnt an einen anderen npc da wirklich im spiel da ist sowie zwei drittel anderen gäster follower das heißt noch ein anderer gäster follower es gibt ja nur drei ja der letzte follower den sehen wir nachher auch der heißt gäster follower drei auch wenn er der zweite system befinden dass das jetzt gäster follower zwei auch wenn er erst ist und der letzte gäster follower der gäster follower 1 den finden wir wirklich als letztes kann auch warum der top das so gemacht hat ja gut um uns zu verwundern vielleicht vielleicht gibt es ja noch irgendein secret oder so jedenfalls deswegen weiter sie sagen er wäre in raum und zeit zersplittert wie kann ich hier sowas nur sagen oder angst zu haben ich halte hier direkt ein stück von ihm das heißt ja erst jetzt schon mit demselben geräusch wieder wie die gäster das heißt jetzt übrigens dass das entweder ja dass er entweder in seinem eigenen kopf jetzt ein stück vom gäster hält und dass sich praktisch ins gesicht klatscht was den kopf den er hält der kopf von wie die gäster ist das ist doch gruseliger na gut jetzt können wir jedenfalls hochgehen wir sind hier bei aaron und wir können jetzt hier zum white floor 2 gehen und hier soll es jetzt noch ja hier sollten wir jetzt noch den zweiten gäster follower finden und ich hatte kurz wenn ihr das nächste mal seht seht ihr den gäster follower drei enttäuscht traurig und gebrochen durfte ich feststellen dass wir den nächsten gäster follower tatsächlich erst in left to ja in dem linken elevator zu finden können und nicht in rights to i'm sorry guys ja hier ist noch ein witziger feuermann mit dem wir reden können hey bis zum firefighter ich bin heaps flames man erinnert dich an meinen namen okay ach du schande getoasteter hase oh ja jetzt ich auch gerne ich liebe hot dogs hey ist das nicht seltsam dass das schmied ist auf dem dach dieses typens denke er war einfach nur zu bauen ist sauber zu machen oh ja so ist ein salz hey buddy wie geht's möchtest du einen hot dog kaufen es sind nur 30 gold also bist du doch ins business eingestiegen macht mich froh dass du das große geld bekommst dank der kind hier ist ein hot dog hier ist ein dog ja dog apostrophen dog das ist eine abkürzung für hot dog so und jetzt hier ja info hot dog 20 hp das fleisch ist gemacht aus etwas das man wassersauce nennt das wasser so klar dass man wasserwurst nennt fragt mich nicht was zu die hölle wasserwurst ist ich habe ich jetzt nicht wissen ein anderer ein anderer age apostrophe hier ich habe außerdem keine hot dogs mehr hier du kannst eine hot cat haben so hätten wir jetzt die hot cat info hot cat hat ein 20 kb sieht aussehen hot dog aber hat kleine katzenohorn an den enden wie sie ist über die wir jetzt noch so jetzt gucken noch ein hot dog einen anderen dog kommt sofort du magst wirklich heiße tiere oder oh ja ich das nix gerne als heiße tiere ich verurteile ich nicht ohne leute wie dich würde ich keine jobs haben so dann wer dann werfen der ist dann weg und jetzt mache ich etwas noch nie zuvor gemacht hat das jetzt klein wir wissen ob er noch ein dialog hat wenn wir noch was kaufen das vielleicht noch was anderes verkauft cool hier ist hier ist ein apostrophen apostrophen dog apostrophen dog es ist die abkürzung für apostrophen dog was ist intern schaut vor ja ok hat uns hier einen hot dog gekauft aber da wir sowieso noch ein paar heilung sachen machen er braucht kaufen uns noch ein dann gucken wir mal 30 gold noch ein ok pass auf wenn du zu viel hot dogs ist könntest du vielleicht so groß sein wie ich du bist klein groß in die richtung von ich meine extremst berühmt ich bin praktisch ich habe jetzt praktisch das hot dog monopol okay ja komm da mach komm wir finden da jetzt abgesehen von einem doch kreis jetzt einfach noch das komplette ding er kommt bald machen wir wirklich reich und bald haben wir kein geld mehr jetzt hat er anscheinend kein dialog mehr ja schade jetzt hat er keinen besonderen dialog mehr schade wir auch zu witzig gewesen na gut aber werden die apostrophe dogs alle auf jeden fall noch brauchen haben das mit meiner freundin es ist ein bild von einem katzen von einer cat cat girl figur in der nähe von einer schüssel mit ins und noodles wo ich habe die inzwischen zu folge einfach so gefeiert okay dann aufwitzig mal sagen du machst das demonstrat heißer bei europ beginnt aufgeregt zu werden heißt heißt heißer heißer ja gott ich bin extremst schlechten in der orange baller teils sorry leute noch immer hitze so und jetzt gucken wir mal wie heißt er als thermostat machen können das ist hier wieder recht bleibt weil ich es noch nie so heiß gemacht habe weil mich das viel bis jetzt immer zuvor besiegt hatte so jetzt übrigens schon gefriedigt glücklicher kann man kann da habe ich schon hp verloren so da machen wir es noch etwas heißer ja das seht ihr richtig krank ich kann da die schrift schon nicht mehr lesen ich bezweifle auch das zu wollen ach du schande ich muss jetzt okay ich muss das fressen die hot dogs ich hoffe das ist ein hot dog nee das war die hot cat brennen baby brennen okay so und dann jetzt noch einmal heißer und dann ist der ach du schande okay ich würde mal sagen an der stelle werden wir dann gleich den kampf lieber vorerst erst eskaliert okay bis gleich mache eine brennende schnur nie heißt 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 ja das hat kung fuß das glaube ich irgendwann mal gesagt oh cool skaletten 95 ich glaube ihr wisst wer es ist wartet falls es nicht ist dann kann ich jetzt mit dem dort zeigen post denn wir schon wieder heiße bilder hier bin ich und mein cooler freund ist ein bild von papyrus welcher vor allem welcher vor einem bild seine muskeln hat er trägt sonnengläser gigantische muskulöse bizeps sind auf seine arten kopiert die muskulöse ich übrigens dass sie gestorben sind hat ein vorteil nämlich habe ich jetzt nicht unser ganzes geld an brennende tiere verschwendet so dann machen wir es jetzt nicht heißer als nötig so jetzt bringt in dem von undertale das so awesome a cryer wie time 8 kommen wir schaden wenn wir die seiten berühren das ist ja traurig es hat wieder ja sie tue sie tut hier die ganze zeit ihrer status updaten dass sie im hotland extremst nervig aber egal elf ist hat ihren starr sogar 90 das ist ein scherz richtig kurz gelitten hat der einzigste hier scherze warte der einzigste witz daran ist wie stark meine muskeln sind angehbar erster blut 22 hat uns eine freundschaftsanfrage gesendet ja klar es hat sich bis es hat sich sofort selbst abgelehnt so und hier finden wir ein apron und ihr wisst alle was ein apron ist oder oder oh yeah so er zeigt uns ab und zu mal und das hat es viel mehr verteidigt als das männliche bandana so dann gehen wir weiter hallo es ist dr elf ist dieses bus ist etwas timing basiert siehst du diese schalter dahinten du musst alle drei von denen ab und drei sekunden drücken ich werde dir versuchen mit dem rhythmus zu helfen ok ich glaube ich übertreibe bei elf ist verdammt stimme ab und zu mal ok einer ich treffe das nicht ja okay drückt den dritten noch die hey guck mal du musstest nur zwei von den pressen 11 ist das so netter von dir hast uns das erklärt hast so oh gott das passiert sich elf es hat sehrensatz gehabt das ist das letzte mal dass ich diesen dass ich diese dass ich bei einem prüssel das ist das letzte mal dass ich versuche bei selbst helfen meine arroganten meinung ich gehe zum badezimmer also werde ich eine zeitlang weg sein ich bin sicher du kannst du kannst das brüssel selber schaffen ja ich hasse dieses brüsseliert das ist extremst kompliziert ich habe das noch nie klar kommen ja ein geringer wenn das jetzt lang dauert werde ich hier eventuell sogar ein zeitraffer tun die 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 ja denkt jetzt aber jetzt muss es funktionieren ansonsten so und heiß alles okay jetzt aber dieser war wenn wir jetzt Hinsenーム die nicht aus Seattle hätten wir sogar geschafft evt ser suas mulia Prozent 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 K skin K Prozent Prozent big round musik jetzt hier drauf gehen zurück wir haben wir es noch sorry ich bin immer als cool dudes irgendwas erwartet wir müssen gar nicht so viel machen wir müssen hier nur so das puzzle habt bitte leid so diesmal wenn wir hier zu machen ja geschafft endlich ich hasse dieses puzzle ja gut dann geht es auf 11 hat ihren abs hat ihren schatz gehabt oh mein leute denken falsch stimmt ja leute denken dass bimo 2 besser wäre als bimo 1 0 das ist ein scherz oder so hier zu wissen dass die maus sich irgendwann sich eines tages in den computerisierten effekt und den käse wohl das füllt dich mit determination so das stückchen käse in dem computer in dem computerisierten laser safe die laser haben die ecken des käses geschmolzen es gibt am tisch ja ich liebe diese sounds sie verstehen nicht wie es new news kompletten charakter arg zerstört oh gott nicht schon wieder 2 review junio kissy cutie zwei gott ist weder kissy noch cutie es ist null es ist müll 0 sterne ja ich weiß nicht ob ich da vielleicht sogar etwas zu selber treiben wie der hey du stoppe und so wir so haben einen annehmen tipp erhalten von einem menschen mit einem gestreiften t shirt es wurde uns gesagt sie waren gerade im hotland herum ich weiß hat sich gruselig an her nun nur um rück zu bleiben wir bringen dich an einen sicheren ort ok was ist das shirt das verträgt wie was ist damit denkst du was ich denke das ist das ist extremst peinlich wir und so müssen dich total töten und so war die ausdrucksweise die hören sich an wie schulverweigerer geht an dem hier müssen wir jetzt die arme sauber machen ich kenne haben wir schon du du solltest roll gar zeigt uns amor der der kühl werdende dreck beginnt sich weg zu waschen es wird wäre so team attack und so bau ja kann sich mehr haushalten rüstung zu heiß ja viel besser oder andere beginnt etwa beginnt zu schwitzen nein noch fällt gut der kann uns nicht mehr treffen läuft ok die attacken sind jetzt sind los so dann hier jetzt ihnen mal was zu flüssern so sagst roll got one dass er ehrlich sein soll zu sein gefühlen ich ich kann es nicht mehr nehmen nicht so so nummer zwei ich mag ich mag dich die art auf der wir kämpfen die art auf die du die art auf der du redest ich liebe ist theme text wird jetzt zu machen ach ganz ich liebe es hier wird jetzt zu stehen wie wir die ganze herum baußen und unsere waffen synchronisiert schwingen mit zwei ich möchte sagen dass ich für immer so bleiben möchte ich meine verarscht hat dich bau ha 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 0 1 aber auch willst du etwas ice cream essen sobald wir hiermit fertig sind sicher wir sollten partnerschaftsvermittler werden es hat wieder ihren status gab es hatte wie geht es dem boom dittel so es hat ihren status gab es die dicht ein scheiß job vergessen lassen so euch liegt das spiel gott ok ich bin zurück ein weiterer dunkler raum keine sorge meine hacking skills haben die dinge abgekabbert ich muss kurz das trinken bitte gott ich bin starpt holt mich hier aus ernsthafter ernsthaft oh ja guten abend wunderschöne und wunderschöne hier ist metatron reportet live metatron news eine interessante situation hat sich im österen hotland gebildet glücklicherweise ist auch unser korrespondent da welcher live welche eine live reportage macht brava korrespondenz bitte finde etwas das sich lohnt zu reporten unsere zehn wundervollen zugucker warten auf dich wenn ihr live nach sachen zu reporten sucht dass es kein wunder dass nur 10 leute sind basketballs ist oder darling zu schade dass du mit diesen bällen nicht spielen kannst das sind die metatron marken fashion basketball zum tragen nicht zum spielen du kannst reich und berühmt werden die movie ohne diese wunderschönen kleinen orbs ne das reportieren wir nicht wir gucken mal nach mehr nach w für journalistische standards umgibt ein tödliches battlefields die umgebung ja der eine doch her wo wir gerade beim einen docks sind das passt gerade irgendwie was soll ich dir noch mal sagen genau das übrigens der repräsentant von toby fox in diesem spiel keine ahnung wieso er denkt sich irgendwie mit einem hund report ihr wisst euch sagen wollte vater eine sensationelle gelegenheit für eine story ich kann die kopfseile sehen irgendwo auf der welt existiert ein hund wirklich ich bin weggeblasen oh ja wer will nicht weggeblasen seien oh mein gott es ist ein geschenk und es ist an dich adressiert liebling explodierst du nicht fast in der aufregung was könnte drin sein nun keine zeit keine zeit im moment uns herausfinden vor der joke nee wir gucken weiter hier ist hier das vor viel das passiert oder ein videospiel das du gefunden hast es ist dynamit auch wenn ich nicht dachte dass dass ich es auftauchen lasse bevor dreiviertel fertig sind aber so wie das so wie der himmel ins mana gab hatte die hat die zuschauer hunger nach einem wundervollen roboter das ist metaton wir gucken lieber weiter ähm force field oh nein ist das ein filmscript wie ist das dahin gekommen es ist ein super saftiges sneak preview zu meinem neuesten garantiert nicht bombastischen film metaton der film oh gott ich bin schlechten römisch ähm metaton metaton der film 28 guckender metaton ich habe gehört dass wie in den anderen film er am meisten da aus einem aus einem einzigen vierstündigen schnitt besteht ähm von rosenblättern welche meinen wundervollen körper regnen aber das ist nicht bestätigt du würdest doch nicht meinen film spoilern oder wir suchen lieber weiter das war knapp das ist ein komplettes ungeskriptetes glas wasser aber je alles kann eine wundervolle story machen ne äh der wir verboten lieber den holen und zum speichern kommentobi doch ist im toby fox ist im spiel sorry ja okay reportieren achtung zuschauer unser rosemont hat ein hund die audience ort gefunden das ist richtig leute ein wunderschön eine die schönste story des jahres guck an seine kleinen ohren die kleinen pfoten den fluffigen schwanz warte eine sekunde das ist kein schwanz das ist ein zündelschnur das ist richtig dieser hund ist eine bombe aber keine sorge du hast nicht den rest des raums gesehen oh mein gosh es sieht aus als wäre alles in dieser area eine bombe dieses geschenk ist eine bombe diese basketball ist eine bombe selbst meine wörter sind braver nicht braver mutiger korrespondenz wenn sie nicht alle entzündet wird die gigantische bombe in zwei minuten explodieren dann wirst du nie wieder lebendig reporten gott dieses wortspiel wie schlimm wie disturbing unsere neuen zuschauer werden es lieben dem zuzugucken 9 okay dann let's go viel glück darling keine sorge ich habe eine bomben programm auf deinem phone installiert nutze die option wenn sie in der diffuse zone ist nun bekommen sie okay wir könnten hier noch mal einen enden dock ein machen aber wir sind hier ja wir haben zeit damit ist er lasse ich das lieber bm dock defuse dock defuse vor allem so bm die basketbombe übrigens hier steht überall bombe defuse außer beim enden dock erst das einzigste vier wo steht dock defuse das heißt der toby fox hat dir wirklich einen hund reingetan anstand einen hunde fake form von einer bombe habe ich bin übrigens etwas gefeckt ich bin mal gespannt ob ich das ich schaffe er die musik übrigens das eines der spannendsten soundtracks die ihr finden könnten in diesem game die 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 ihr die 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 dann du kommst du vor die ecke ins so dann hier müssen wir hier müssen wir stehen bleibt hier müssen das spiel die füße das ist gewiss sagen großartig die in die mitte ich nutze im felder um das glas dort gefangen zu 90 sekunden verbleiben und das hier ist das extrem schnelle glas vom wasser sorry ich glaube ich weiß nicht schneller als du nochmal super darling du hast alle bomben deaktiviert wenn sie nicht deaktiviert hat es wäre diese bombe in zwei minuten explodiert und nun wird es nicht in zwei minuten explodieren stattdessen wird es in zwei sekunden explodieren schau liebling oh gott der wettert und seine stimme das sieht aus als würde die bombe nicht explodieren das ist weil während du deinem loggehalten das habe ich ich habe sie repariert geändert oh nein du hast die bombe mit deinen hacking skills deaktiviert ja das ist es was ich getan habe verdammt sieht aus als würde ich wieder verdorben sein verdammt sei es so human verdammt sei es der doktor ist dass du so viel hilfst ich muss ich hier kurz aber bitte verfluche nicht meine acht wundervollen zuschauer für seinen schalten er hat wieder ein verloren bis zum nächsten mal liebling haben sie wirklich gezeigt hey ich weiß es war zuerst etwas seltsam aber ich denke wirklich werde etwas etwas mehr selbstsicher darüber dich anzuführen also keine sorge wegen diesen großen ich werde dich vor allem beschützen und wenn es wirklich dazu kommt wenn ich ihn einfach lose ist es bis später als es macht mir irgendwie angst scheint mir etwas verrückt zu sein wenn ihre stimme also die spricht der praktischen verrücktheit gruselig na gut gehen wir hoch ich muss gerade einen schluck wasser trinken die stimmen sind wirklich sehr kopfschmerzerregend wasser so oder ist noch mal der chor ich habe bemerkt dass etwas ruhig fast bist du besorgt darüber erst gott zu treffen nun keine sorge ok der könig ist ein wirklich netter typ ich bin mir sicher du kannst ihm reden und mit seiner menschlichen seele kannst du dich barriere gehen also keine sorge ok ich vergiss es einfach und lächel so viel dazu auch ja klick das habe ich nicht vergessen das ist wichtig so hier sind wir jetzt bei zu ja hier könnte mir theoretisch treffen ja dann gehen wir gerade zum left floor 3 ja wir können jetzt die beiden restlichen gäster followers noch finden so dann warten wir mal auf den nächsten speicherpunkt dann werden wir dort speichern dann werden wir mal weiter gucken ach wartet wir müssen gar nicht zum nächsten speicherpunkt gehen können zurückgehen wir sind hier sogar fast vor dem ach ja übrigens ja das ist die normale version des gäster followers 2 ich habe ein donut gekauft ich wollte es nicht hat dieses mädchen selbst als ich sagte das nicht sie hat mich angeguckt mit diesem seltsamen blick und ihre lippen geleckt nun habe ich kein geld oh gott es sieht so aus wie eine art mächtiges armband warte das ist nur ein croissant dann jetzt es ist ein spinnendonat es sieht mehr aus es sieht gummiartiger aus als normal dann hier spinnenbacksaal alle einnahmen gehen an echte spinnen möchtest du ein spinnendonat für 9999 gold wir lassen es lieber willst du in den ruinen war das viel günstiger weißt du das mafit der ist übrigens so willkommen in unserem backsalon darling möchtest du vielleicht ein paar spinnengepäcke kaufen alle einnahmen gehen an echte spinnen oh ja 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 gut dann gehen wir kurz zum speicherpunkt wir können jetzt hier nämlich wieder runter zu l1 so und dann werde ich kurz hatten und die restlichen beiden gäster verlor zeigen und dann haben wir eigentlich alles was hier mit gäster gibt es hinter uns und am ende dann kann ich dann auch eine interessante theorie zu ihm sagen die ich mal so hier abgepickt habe im internet so wir sind wieder gefüllt mit determination und ja nach dem nächsten cut seht ihr mich vor gäster follower 3 genau bis gleich dann leute sind wir bei gäster 3 dem zweiten jemand finden kann und das ist sehr verstörend dass dann keine npc angelehnt ich habe keine ahnung was solle darstellen sollte es einfach nur aus dem boden wachsenden kopf und jetzt gucken wir mal ach du scheiße wie sieht seine rede animation aus ob gott nee bitte nicht okay ich brauche jetzt eine gute stimme für ihn ich verstehe wieso es so lange gewartet hat einen neuen königlichen wissenschaftler anzuheuern der letzte doktor gäster seine brillantität war unersetzbar wie auch immer sein leben hat sich sehr verkürzt eines tages ist eines seiner experimente falsch gelaufen und kennt ihr es leute wenn ihr mit einem satz einfach so nun ich brauche nicht lästern schließlich ist es unhöflich mit jemandem zu reden über jemanden zu reden der grad zuhört ja so viel dazu wenn wir jetzt den raum verlassen und zurückgehen ist die fun values zurückgesetzt so und nach dem nächsten cut sehen wir uns wieder hier in l3 und gucken uns den ersten beziehungsweise den letzten an bis gleich ich sollte vielleicht noch perfekt da ich habe wieder tausend versuche gebraucht um den heraufzubringen und bitte bei the way immer wieder witzig wenn man grad hier das spiel schließt in der aufnahme ist und vergesst die aufnahme zu shoppen bevor das spiel geschlossen ist ihr habt einen einblick in die eingeweide meines ordners bekommen ja leute so ja gut so viel dazu dann reden wir mit ihm dass übrigens jeder fikus lecker mpc eben werde ich ja später noch zeigen der ist komplett unnötig aber er ist da sowieso ziemlich alles andere nötig in diesem spiel es macht sinn warum er ist emotionslos wurde im wiki beschrieben wie mache ich jetzt eine stimme es macht sinn warum es so lange gebraucht hat um einen neuen königlichen forscher anzuheuern schließlich der alte dr gäster war wirklich etwas jemand folgen musste sie sagen er hatte den chor kreiert ihr halt den kern das woraus er das ganze an der world hier er wohl ganz unter welcher ihre energie her bekommt werde ich wie gesagt später auch im video zu einem blenden von mir gedacht eventuell wie auch immer sein leben wurde kurz geschnitten eines tages ist er in seine eigene kreation gefallen und wird es genauso enden ja soviel zum fikus lecker npc gesta vor ort ja dann wird mal sagen in der nächste episode werden wir dann hier weitergehen aber jetzt erstmal zeit zu enden ich habe nachher noch einen termin da muss ich noch das video rendern ja auch dann kannst du ja während ich weg bin also lustige leute ciao